RB Leipzigs neuer Cheftrainer Julia Nagelsmann hat offenbar einen neuen Assistenten für seine Zeit bei den Sachsen ab Sommer in der Bundesliga gefunden. Ex-Profi Moritz Wolz soll Assistent von Nagelsmann bei RB werden. Das berichtet die BILD. Jetzt das aktuelle Trikot von RB Leipzig, bestellen, hier geht's zum Shop, Anzeige da 36 Jahre alte Wolz soll seine neue Stelle im Juli antreten und einen Vertrag bis 2022 erhalten. Wolz spielte in der Premier League für den FC Fulham, ehe er nach Stationen in Deutschland beim FC St. Pauli und 1860 München seine Karriere 2015 beendete. Meist gelesene Artikel Fußball, Bundesligas 04, Wagner wird neuer Trainer Fußball, Bundesliga das sagt Eberl zu Bayern Gerüchten, ZEC 24, Doppelpass nächste Saison greift Kovac an, in Fußball-Notes-County im Teil der Trainings-Sport, Banowicz, GSE, alles in Sichtweite, let's block, it's, why? Banowicz, GSE, alles in Sichtweite.